Dieses zu erwerbende Sechs-Zimmer-Ein-Familienhaus liegt in Glienicke. Das im Jahr 2004 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über eine Einliegerwohnung und einen Keller. Es hat vier Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 750 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 194 Quadratmetern. Das Haus hat einen Kaufpreis von 420.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Bis zum nächsten Mal.